Auch ich sehe, was passiert und denke mir, das darf doch alles nicht wahr sein. 454 Seiten Einvernahme-Protokoll, in denen Thomas Schmid eine ganze Reihe von ehemaligen und aktiven Politikern in Bedrängnis bringt. Haben Sie seine Chat gelesen? Auf der einen Seite mit Hochstapelei, auf der anderen Seite als Baron Münchhausen. Manche Passagen sind geschwärzt, mutmaßlich, weil noch Ermittlungen laufen. Keiner hat Selbstreflexion geübt, keiner hat gesagt, stimmt, da hat etwas falsch gelaufen, egal wie erdrückend die Aktenlage war, wenn wir mal eine haben, weil nichts geschreddert wurde. Sie hören sich, guter Mann, das geht doch nicht. Wo kann man denn da hin, wenn das auch jeder täte? Und außerdem, Sie wissen schon, ist das ein Krotterfall von Korruption? Aber gut ausnahmsweise, weil Sie es sind, erledigen wir das heimlichste und geschwingt. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Es gibt auch dafür keine objektiven Beweise.